Hi Ack, was fehlt? Hello? Okay gott ich bin noch müde vielleicht sollte ich mich gleich noch was hinlegen mit gleich mal nicht wirklich gleich erstmal brauchen wir noch ein paar krasse bäume da da Untertitelung. BR 2018 Ah man, wir hatten so viel Vorrat und ich dachte wir brauchen nie wieder, naja nie wieder dachte ich jetzt nicht, aber ich dachte wir hätten auch ein bisschen, das nächste mal sammeln gehen müssen. Okay. 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 Ich meine wir brauchen 16 von den Eisenholzplatten, wir haben keine Ahnung. 6 oder so. 5 nah dran. Und hier das Angeln müssen wir uns auch wieder vorbereiten. Nächstes Jahr habe ich aber sowas von genug Köder. Nicht nur 3 oder 5, was das war. So. Gehen wir jetzt mal wieder zurück. Guten Tag, Jan. Weißern. 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 Wir brauchen noch 11. Weißern. 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 So, und so. von helfern zusammen mit der erfahrung 150 von helfern von helfern von helfern Okay. Und Petra? Äh, wer auch immer. Der Computer den ihr gestern gefunden habt, scheint der ein Standort von der KI als Source identifizieren zu können. Haben wir den Schlüsselcode nicht und es handelt sich dabei um einen physischen Schlüssel. Ich habe den Schlitz im Computer gesehen, kannst du danach aufschau halten, wenn du wieder in den Ruinen findest. Dann gib ihn mir bitte, dann werde ich für immer und ewig deine beste Freundin sein, Petra. Ah ja. what you 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 So Oh What is some stuff hey Antoine. Oh ja. 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 Oh. Oh ja. Oh ja. Das mit einem Eier. Oh ja. Oh ja. das unwichtigste und in die leichte gezogen naja es ist nicht unwichtig aber jetzt aktuell gerade für mich noch keine faxen oder ich mache gleich ich habe Level up. Level up.